Was ist das? Was ist los? Raketen! Alarm in der Bucht! Wahrscheinlich ist ein Schiff gestrandet. Raketen, ein Schiff, gestrandet man ruf, da drüben der Uhr ein Licht. Sie haben die Bucht mit dem Hafen verwechselt, der Nebel war wieder sehr fest. Wir fangen da ein französisches Schiff, sitzt fest und kommt nicht der Wettbewerb. Der Rumpf ist geborstet und weit wird es sinken, das Wasserland schon übersteht. Hey, bobo, verteilt euch der dreißigstes Meer, die Schimpfesten übergestrahlt. Hey, bobo, verteilt euch das Stratgut, ihr hört, den wir zuerst anerbeizt. Frank, wo ist Maxim? Sicher mit einem der Boote hinausgefahren. Er ist immer unter den ersten, wenn Not am Mann ist. Hey, bobo, als Ruder, ein Schiff ist in Not, renntet das Zeit in der Durst. Wenn ihm nur nichts zustößt. Keine Sorge, das Meer ist hier kaum tiefer als ein Ententeil. Mr. Verwell. Freut mich, dass Sie sich an mich erinnern, Mrs. De Winter. Was machen Sie hier? Ich liebe Katastrophen. Es macht Spaß, dem Unglück von anderem zuzuschauen. Hey, bobo, wir Leute, das keiner so schont, an einem Morgen wie heut. Hey, bobo, macht Beute, das Stratgut belohnt, in der die Mühe gescheut. Die Beraten vom Wachbund sind draußen beim Schiff und der Taucher auf mich gerade das Lekt. So ist es recht tausend Jahre lang schon, stand nun nicht hart, gut und frei. Maxim! Bedauere wieder nur ich, aber ich bringe Neuigkeiten. Der Bericht des Tauchers liegt vor. Ich suche meinen Mann. Der Bericht des Tauchers interessiert mich nicht. Das sollte er aber. Als der Mann da auch in der Kiel untersuchte, entdeckte er ein Wrack am Meeresboden. Das Segelboot von Rebecca. Oh Gott, ich muss Max empfinden, bevor er davon hört. Warten Sie, das ist noch nicht alles. Aus dem Kabinenboden liegt eine Leiche. Eine Leiche? Ja, gruselig, was? Jemand liegt jetzt bei dir in Erdbegast. Schicksal nimmt einen laut. Für dich wird es jetzt unangenehm. Ich aber freue mich laut. Stratgut ist an, holt es ein Stratgut ist an und bringt es rein. Stratgut ist an, holt es ein Stratgut ist an und bringt es rein. Stratgut ist an, holt es ein Stratgut ist an und bringt es rein. 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 Vielen Dank.